UNTERTITELUNG 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 lord elidan euer volk soll seine rache wie versprochen bekommen akama noch vor ende der nacht werdet ihr sie genießen können was kälters gebt den letzten angriffsbefehl die stunde der vergeltung ist gekommen was wollt ihr von einem alten mann unser wille geschieht sind dämonen in der nähe wir werden zusammen was wollt ihr von einem alten mann ich tue was ich kann ich werde es versuchen ich werde ungeduldig ich schenke euch meine weisheit ist es zeit ja unsere streitkräfte werden angegriffen ja 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 kostet meinen stich ja ich tue mein bestes unsere streitkräfte werden angegriffen ja genial wenn es denn sein muss wenn es denn sein muss so schnell ich kann wenn es denn sein muss unsere streitkräfte werden angegriffen mehr durch euren befehl ja genial durch euren befehl ich werde es versuchen ich werde es versuchen Wenn es denn sein muss Unsere Streitkräfte werden angegriffen Für Draenor Kaum eine Herausforderung In Asharas Namen Unsere Streitkräfte werden angegriffen Für Nassjatar In der nahen Bastion befinden sich viele der dämonischen Belagerungswaffen der Orks Wir müssen ihre Verteidiger zerschmettern und uns die Waffen sichern Ich werde es versuchen Ich tue mein Bestes Die Belagerungsmaschinen der Orks gehören uns Nun setzen wir seine eigenen Waffen gegen Magteridon ein Kaum eine Herausforderung Wenn es denn sein muss So schnell ich kann Blut um Blut Das Böse rückt näher Schreiten wir zur Tat Ist das alles? Genial Durch euren Befehl Für die Königin In Asharas Namen Genial Genial Für die Königin In Asharas Namen Genial Unsere Streitkräfte werden angegriffen Das Böse rückt näher Ich werde es versuchen So schnell ich kann Kaum eine Herausforderung Ist das alles? Ich bin blind Ich bin blind Ich bin blind Ich taub Mir brennt es in der Seele Ihr wagt es mich anzusprechen Hoffentlich habt ihr einen guten Worn Was ficht euch an? Ich spüre etwas Flüchtiges Außerordentlich Sind Dämonen in der Nähe? Ist mir ein Vergnügen Sehr gut Das Böse rückt näher Ja Mühelos Worauf warten wir Koshagal Blut um Blut Für Dranor Koshagal Blut um Blut Ich tue was ich kann Ich tue was ich kann Ich tue mein Bestes. So schnell ich kann. Ich werde es versuchen. Ich tue mein Bestes. Ist das alles? Ich spüre etwas Flüchtiges. Das Böse rückt näher. Mühe los. Ist das alles? Für Draenor. Blut um Blut. Für Draenor. Ich tue was ich kann. Sterbt, Dummkopf. Das Böse bestellt. Ich tue mein Bestes. So schnell ich kann, wir werden angeht voll. Ich tue mein Bestes. Ist das alles... Wir werden zusammen wandern. Mühelos. Durch euren Befehl. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das Böse rückt näher. Kaum eine Herausforderung. Es wird euch leid tun, dass ihr mir begegnet seid. Sind Dämonen in der Nähe? Ich dürste nach Magie. Worauf warten wir? Ihr wagt es los. Mühelos. Ist das alles? Ich tue was ich kann. Genial. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich werde es versuchen. Kaum eine Herausforderung. Ich tue mein Bestes. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mühelos. Genial. Ist es Zeit... Für die Königin. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Kostet meinen Stich. Kostet meinen Stich. Erasaja. Genial. Durch euren Befehl. Das Inventar ist... So schnell ich kann. Wenn es denn sein muss. Ich tue mein Bestes. Ich tue mein Bestes. Das Böse rückt näher. Die Rache ist mein. Kaum eine Herausforderung. Ist das alles? Wir sollten bald weiterziehen. Das Böse rückt näher. Ich werde ungeduldig. Mühelos. Kaum eine Herausforderung. Das Böse rückt näher. Das Böse rückt näher. Wenn es denn sein muss. Ich spüre etwas... Flüchtiges. Ich werde es versuchen. Ist das alles? Das Böse rückt. Was? ich tue mein bestes ich werde es versuchen wenn es denn sein muss ich tue mein bestes so schnell ich kann blut um blut das böse rückt näher ich tue was ich kann ich tue mein bestes ich werde es versuchen ist das alles unsere streitkräfte werden angegriffen kaum eine herausforderung ich werde ungeduldig mir brennt es in der seele für die königin unsere streitkräfte werden angegriffen das inventar ist voll sterblicher in der scharer namen genial ihr habt es geschafft lord eridan ihre verteidigung ist durchbrochen nur mag terridon und seine lakaien stehen uns noch im weg wenn es denn sein muss in der scharer namen leitet mich ja kriegshäuptling ist es zeit leitet mich ich werde es versuchen ich tue was ich kann wenn es denn sein muss ich tue was ich kann ich tue was ich kann wenn es denn sein muss wenn es denn sein muss wenn es denn sein muss so schnell ich kann genial unsere streitkräfte werden angegriffen ja ich spüre etwas flüchtiges ich kenne euch nicht fremdling doch eure macht ist immens seid ihr ein diener der legion hat man euch geschickt mich zu prüfen ich komme um an eure stelle zu treten ihr seid ein relikt mag terridon ein geist vergangener zeiten die zukunft gehört mir von diesem moment an wird die scherbenwelt mit all ihren bewohnern mir untertan sein hört mir zu ihr zitternden sterblichen ich bin euer herr und meister elidan herrscht über alles was ist das was woher kommt dieser sturm kopf runter da da nähert sich etwas schreckliches ein fettiger bastard ich hatte euch befohlen den frost thron zu vernichten ihr habt versagt und dachtet in dieser trostlosen einöde könntet ihr euch vor mir verstecken ich hätte euch für schlauer gehalten elidan kill jeden es war nur ein kleiner rückschlag ich wollte hier meine streitmacht verstärken der lichtkönig wird vernichtet werden das verspreche ich ist das so zumindest zumindest scheinen die diener die ihr um euch geschart habt vielversprechend zu sein ich gebe euch eine letzte chance elidan zerstört den frost thron oder zieht meinen ewigen zorn auf euch vielleicht war es nicht die klügste entscheidung mich gerade hier zu verstecken aber die mission liegt klar vor uns werdet ihr mir ins kalte herz des todes folgen die nager stehen euch zur verfügung lord elidan wohin ihr geht wir folgen euch die blutelfen sind euch ebenfalls zu diensten meister wir jagen die geißel und zerschmettern den frost thron auf euren befehl 0 0 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020